Zweiter und neun. Kazim, ey der Bali und jetzt hat er seinen Sack. Das wird vermutlich eher eine Holdingstrafe geben. Das wäre dann zum ersten Mal Kazim The Dream. Schießt von hier unten durch den linken Tackle durch. Das wird Zach Edwards auch morgen und übermorgen noch spüren. Und, ne was haben wir nun für ein Versuch? Das ist lieb, dass sie die Strafe ablehnen. Damit dann, third down also. Damit Ede Bali endlich seinen Moment hat. Na endlich. So, wieder 20 Yards zu gehen. Remi Baitelen, das waren vielleicht sieben.